Wie Franz Marc liebte auch Robert Delaunay die Farbe, aber das reine, abstrakte Farbbild war damals noch nicht erfunden. Darum benutzte er die Stadt als Motiv, um seine Farbstudien zu betreiben. Aber er hat nicht irgendeine Stadt gemalt. Welchen bekannten Turm kannst du auf dem Bild erkennen? Und in welcher Stadt steht er? Kennst du diese kristallenen, geschliffenen Steine, die du ans Fenster hängen kannst? Wenn dann die Sonne durchscheint, malen sie bunte Flecken auf deine Zimmerwand. Und wenn du den Kristall ganz nah an dein Auge führst und durchblickst, siehst du tausendmal das gleiche Bild nebeneinander. So ähnlich kannst du dir die Idee hinter unserem Bild vorstellen. Wie du in der Zwischenzeit sicherlich herausgefunden hast, hat Delaunay den Eiffelturm in Paris gemalt. Der Eiffelturm scheint auf dem Bild tausendmal in verschiedenen Farben hin und her zu hüpfen. Viele wichtige Männer haben Theorien zur Farbenlehre geschrieben. Die berühmteste hat Goethe geschrieben. Alle Theorien gehen von den Grundfarben Gelb, Rot und Blau aus. Erinnerst du dich an Franz Marc? Der hat die verschiedenen Farben symbolisch eingesetzt. Delaunay versucht nun, die Farbe nur als Farbe zu betrachten. So hat Delaunay eine Theorie der Gleichzeitigkeit der Farben entworfen. Auf seinem Bild wirken sich alle Farben auf alle gleichzeitig aus. Ein riesiges Farbenfeuerwerk inmitten von Paris.